Ich bin Veronika. Ich bin hier bei KEGON Beraterin. Ich habe circa 30 Jahre, knapp 30 Jahre Berufserfahrung im Wesentlichen in der IT. Ich habe so von Programmieren bis über Projektleitung bis zur Rechenzentrumsleitung unterschiedlichste Aufgaben gehabt. Was für mich Agilität im Wesentlichen bedeutet, ist auf der einen Seite in kleinen Dingen zu liefern, iterativ, inkrementell, also wirklich erst das Herzstück sozusagen zu liefern von Dingen und dann langsam Komplexität anzubauen und das immer wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist im Wesentlichen der Erfolgsfaktor von Agilität, während Menschen zusammenarbeiten und selbst entscheiden können, wie sie diese Dinge bauen. Und wenn wir das tun, sind wir deutlich erfolgreicher und das ist genau das, was wir beraten. Also ich habe das seltene Vergnügen gehabt, sozusagen, dass ich relativ früh in meiner Laufbahn gut laufende Projekte erlebt habe. Projekte, die in Time, in Scope, in Budget ins Ziel gekommen sind. Und was ich dort erlebt habe, habe ich viel später immer wieder versucht zu installieren in Projekten. Ich war dann bei der Bahn in einem großen Projekt, was irgendwie in einem zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag lief und habe Dinge gesehen, die genau entgegengesetzt waren eigentlich von dem, was ich erlebt habe. Und in diesem Kontext habe ich Kegon kennengelernt, als eigentlich ich auf der Kundenseite, Kegon auf der Beraterseite. Wir haben dieses Riesenprojekt umgestellt auf agiles Arbeiten. Und da waren auf einmal wieder diese Erfolgsfaktoren, die ich kannte, von cross-funktionale Teams, Zusammenarbeit, man redet zusammen, man wirft keine Arbeitsergebnisse über die Wand, man schneidet Dinge klein, um sie immer wieder lieferfähig zu bekommen, um sie immer wieder zu überprüfen. Und das war genau der Punkt, an dem ich sehr überzeugt war, dass das, was wir mit Agilität tun, eigentlich das Richtige ist. Amen.